Morgen! Hallo Glück auf! Herzlich Willkommen zu diesem neuen speziellen Video. Special. Anlässlich? Ja. Ja. Unsere 5000er Grenze, die wir überschritten haben. Ganz, ganz lieben herzlichen Dank an alle, die daran beteiligt waren. Kann man so sagen, ne? Kann man so sagen, kann man so sagen. Hat uns positiv überrascht diese super Resonanz, die wir hatten, haben, vielleicht weiter haben werden. Wir geben uns Mühe. Ja, es ist halt 5000 Abonnenten oder etwas über 5000 Abonnenten derzeit macht uns ein Stück weit stolz, kann man so sagen. Ja. Hat uns oder freut uns riesig natürlich. Wir hoffen aber auch gleichzeitig, dass das noch nicht alles war, dass da noch ein bisschen was geht. Von unserer Seite aus, wir gewöhnen uns da echt, oder wir geben uns da die größte Mühe. Aber wirklich 5000 Mal Danke. Fühlt euch gedrückt, geherzt, was auch immer. Wir hätten es nicht gedacht. Nee, zumal das eigentlich, ja, unsere Anfänge waren einfach aus dem Grund heraus, weil der Maik, die damals die Klimaanlage war das, ne? Einbauen wollte in den Wohnwagen noch und da keiner richtigen Videos im Netz gefunden hat bei YouTube oder sonst wo und hat gesagt, okay, wenn das keiner macht, dann mache ich das jetzt. Genau, das war der Ursprung eigentlich und dieses erste Video über diese Staukasten-Klimaanlage sollte eigentlich auch the one and only sein. Ja. Ja, ich hatte nichts gefunden, wir hatten lange gerätselt, machen wir es, wie machen wir es, nur so Blog-Einträge, nur mal um kurz zu erklären, wie wir zu YouTube gekommen sind vielleicht. Es gab nichts, es war nichts da, zumindest haben wir nichts gefunden und dann haben wir gesagt, komm, ich baue sie trotzdem ein. Mittlerweile, ihr kennt mich und wir müssen kurz mal unterbrechen, der Akku ist leer. So, neuer Akku drin. Sorry. Ja, das war eigentlich der Start und dann haben wir es gesagt, wir machen es trotzdem und wir laden es einfach mal hoch. Und hatten eigentlich eine super Resonanz davon, was uns Mike dazu gestärkt hat. Ich bin ja nur Beiwerk. Nein, nein, noch. Ich bin ein schmückendes Beiwerk. Nein, 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 nein. Du bist 50% von Lucky Kämpfern. So sieht es aus. Nein, das Ding ging auf jeden Fall ganz gut durch die Decke. Ja, und dann hat sich das eine oder andere ergeben. Dann haben wir gedacht, okay, komm, wir machen weiter. Nicht zuletzt habt ihr uns auch mit den Kommentaren stark motiviert, da weiter zu machen. Ja. Oder ich hatte zumindest das Verlangen dann weiter zu machen. Ja, weil es Spaß gemacht hat, ne? Ja, macht immer noch Spaß. Ja. Macht immer noch Spaß. Sonst würden wir es ja nicht machen. Genau. Ja, so war damals der Einstieg in YouTube und ja, wir hätten nicht gedacht, dass wir die 5000 jemals erreichen werden, dass überhaupt so viele Menschen, wenn ich mir überlege, pack die mal ins Stadion oder in so eine Sporthalle, das ist schon was. Ja. Wir hätten es halt nicht gedacht. Nee, nee. Und wir möchten uns wirklich vom ganzen Herzen für die ganzen Aktionen, für die Kommentare, für die E-Mails, für die motivierenden Worte, aber auch teilweise kritischen Worte, was auch nicht schlecht ist oder auch nicht verkehrt ist, bedanken. Genau. Und das wollen wir gerne in einer Form packen. Wir haben uns überlegt, wir machen eine kleine Verlosung. Mhm. Ich habe einige unserer Kooperationspartner mal angefragt, ob die uns da was zur Verfügung stellen möchten und herzlichen Dank dafür haben sie getan. Und wie das jetzt alles vonstatten geht, sagen wir jetzt und zeigen es vor allen Dingen. Ja? Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also, ihr könnt gewinnen. oder wir verlosen. Sagen wir mal so. Ein Gewinnspiel glaube ich darf ich nicht machen. Ähm. Ich habe hier drei, exemplarisch, Musky Finder in weiß, in hellblau und in dunkelblau. Nagelneu. Ihr erinnert euch, ich hatte oder wir hatten die getestet, vorgestellt und getestet und für gut befunden. ähm. Und äh. Daher würden wir sagen, ist das nicht schlecht und recht auch sowas Gutes äh zu verschenken an euch. Davon haben wir drei Stück. Dann haben wir auch drei Stück Trinkflaschen von Super Sparrow. Die kennt ihr auch schon, da haben wir auch eine Vorstellung, ein Video drüber gemacht. Die sind alle, alle drei gleich, das sind die mit diesem ähm. Zusätzlichen Trink, äh. Trinkverschluss. Thermoskannen, die kalt und warm halten mit Trink, speziell Trinkverschluss. Genau. Dazu habt ihr dann das Reinigungs-Set, die ähm. Schläuche. Strohhalme, oder? Schläuche. Schläuche. Den Karabiner. Und die Flasche selber. Die Flasche selber hat, jetzt muss ich kurz gucken, 620 Milliliter. Und alle Damen unter uns werden sich freuen. Oder auch die Herren, die etwas Extravagantes möchten. In, ich sag euch auch. Pearl. Pink Pearl. Ich sag euch auch die Farbe. Hoppala. Obendrauf steht die, glaub ich. Lilac Purple. Lilac Purple. Okay. Davon. Drei Stück. Die sind wirklich gut. Ja. Wir nutzen sie immer noch. Immer noch. Sehr gerne. Und, habe ich jetzt aber nicht dabei, ich packe euch aber nochmal ein Foto ein. Dann haben wir auch vorgestellt und getestet. Und zwar ist das die Kühlbox von Easy Zone. 40 Liter. Kompressor Kühlbox. Die gibt es nochmal on top. Aber nur einmal. Nur einmal. Das ist auch tatsächlich die, die ich hier getestet hatte in dem Video. Und, ähm, die könnt ihr auch gewinnen. So. Was müsst ihr tun, um an der Verlosung teilzunehmen? Also ich schreib dir unten die, ähm, Teilnahmebedingungen nochmal explizit rein. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Jeder darf mitmachen. Und ihr müsst in eurem Kommentar, den ihr hier drunter schreibt. Äh, bitte nur unter diesem Video die Kommentare zur Verlosung. Äh, da schreibt ihr bitte rein. Also uns würde es freuen zum Beispiel, wenn ihr einen Kommentar reinbringen würdet. Welcher Film oder welches Video hat euch am besten gefallen von unserem Kanal? Das wäre, glaube ich, ganz spannend mal zu wissen. Und dann macht ihr noch bitte ein Hashtag rein. Hashtag ist dieses Raute-Zeichen für alle die, die etwas älter sind und sich damit nicht so gut auskennen. Was ist, Schatz? Ja, ich musste auch gucken. Ein Hashtag mit dem Titel Verlosung. Schreibe ich alles rein. Dann seid ihr dabei. Kommt in den großen Pott. Und, ähm... Bis zum 24. Oktober Mitternacht. Genau. Lassen wir es laufen. Dann zählen wir die Teilnahme aus und werden am 25. den Gewinner ermitteln. Und verkünden. Ja. Ermitteln und verkünden. Die Gewinner. Die Gewinner. Wir wünschen euch viel Erfolg, oder wie sagt man, bei der Verlosung. Ja. Ein bisschen Glück. Ein glückliches Händchen. Ich hoffe, ihr habt Spaß da dran. Ist... Wir werden sehen, wie die Resonanz ist. Genau. Wenn sich keiner meldet, bleiben die Sachen hier. Ist kein Problem. Ja. Wir haben dann aber schon, oder wir sind ja schon im Oktober. Vielleicht denkt ihr auch nochmal dran, Weihnachten steht vor der Tür. Könnte man auch was für nutzen, zu nutzen. Auf jeden Fall möchte ich auch nochmal erwähnen, dass auf der Kühlbox noch die 20% Rabatt sind. Bis zum 31. Oktober. Mhm. Auch wenn ich in dem Film sage 10%, da hat sich im Nachhinein, als alles schon fertig und geschnitten war, die Firma E-Saison nochmal entschieden, 20% zu geben. Finde ich gut. Konnte ich nur nicht mehr sagen. Deswegen steht es auch unten in der Beschreibung. Bitte dran denken. Oder drauf achten. Jo, ich denke, das war es soweit. Ja. Sinnvoll wäre es, aber keine Pflicht bitte. Sinnvoll wäre es, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr die Verlosung mitbekommt. Oder nicht verpasst. Ja. Ich würde sagen. Das war es von unserer Seite. Ja. Wollen wir mal gucken, wie viele sich melden. Hoffentlich meldet sich überhaupt jemand. Ach bestimmt. Ansonsten sagen wir gerne nochmal Danke. Und bleibt uns gewogen und bleibt uns treu. Okay. Ja. Wir werden sehen, dass wir unsere Videos weiterhin produzieren und vielen Dank nochmal. Ja. Auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. ich die Sache kam aus, mit der APIs noch nicht nur habe. Dann election es daUT 다pr!' Vielen Dank.